Musik Hast du nicht kalt mit deinen knöchelfreien Schuhen? Ja, manchmal zieht es sich ein bisschen, aber nein, eigentlich nicht. Ich habe warm, es ist okay. Also ich habe eher im Oberkörper kalt anstatt bei den Beinen. Ich hatte keine Winterschuhe, die grau sind und darum habe ich Schuhe angelegt, die zu meinem Pulli anpassen. Das sei gerade vor. Eigentlich habe ich Winterschuhe zu Hause, aber ich habe sie extra angelegt, weil ich neue Hauser kaufen muss. Und ich habe keine Lust, diese Winterschuhe dann nicht mehr auf und zu zu tun. Ich habe diese Schuhe einfach an, weil ich nur diese Winterschuhe habe und jetzt gerade auf dem Weg bin, um neue zu kaufen. Aha, ich gehe nachher ins Fitness und nachher gleich mehr warm. Völlig überbewertet. Ich habe schon Winterschuhe, die sind wasserdicht. Es gibt Impregnierspray. Ich hebe die Westdance 1 an. Ich hebe die Westdance 2 an.